haben wir heute einen Gastprediger bei uns. Aber er ist kein Fremder für uns. Wir haben schon öfter von ihm gehört und sind gesegnet worden durch seinen Dienst. Und deswegen vielen Dank, Pastor Asse Basel, dass du auch heute wieder da bist. Und dass wir hier das Wort Gottes hören dürfen. So, komm bitte und bring uns das Wort, das der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Lasse mal jemanden ihn preisen. Lasse mal jemanden ihn preisen. Lasse mal jemanden ihn preisen. Hilf mir, den Herrn zu preisen. Und wir geben ihm den höchsten Preis in diesem Ort. Komm schon, preis ihn. Preis den Herrn. Preis ihn. Preis ihn. Preis ihn. Er ist Herr in diesem Ort. Und er ist Herr in deinem Leben. Und er ist würdig, all unseren Preis zu empfangen. Er ist würdig, all unseren Preis zu empfangen. Er ist würdig, jeden Preis zu empfangen. Es würdig, jeden Preis zu empfangen. Und wenn wir es nicht tun, dann wird er Steine da draußen raufrufen, um ihn zu preisen. Aber ich will nicht, dass ein Stein mehr preist, als ich es tue. Denn ich bin in seinem Abbild geschaffen. Und ich bin erlöst. Für den Preis seiner Herrlichkeit. Und ich hoffe, das ist doch, warum du erlöst bist. Deshalb lasst uns ihn noch einmal preisen. Come on, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Klatsch deine Hände. The Bible says, Are you his people? Die Bibel sagt, All his people. If truly you are redeemed, Wenn du wirklich erlöst bist, you belong to him. Dann gehörst du ihm. And you are one of his people. Die Bibel ist eines seines Volkes. Und die Bibel sagt, Clap your hands. Und die Bibel sagt, Klatsch in die Hände. Are you his people? Ihr Völker. You belong to him. Ihr gehört zu ihm. Therefore clap your hands. Und dafür klatsch deine Hände. Und gib ihm die höchste Ehre in diesem Platz. Und dann sagt Jubel zum Herrn. Mit einer Stimme des Sieges. Du bist vielleicht jetzt noch nicht siegreich. Du bist vielleicht in einem Kampf. Du bist vielleicht in einem Kampf. Aber ich möchte dich herausfordern. Für drei Sekunden nur. Gehorche einfach, was der Bibel sagt. Aus deinem Kampf. Lass einen Jubel heraus. Und jubel. Mit einer Stimme. Komm und lass uns ein Jubel zum Herrn. Komm schon ein Jubel zum Herrn. Ja, Herr. Wir können das tun, weil die Bibel uns sagt, dass er uns immer zum Sieg führt. Und das Gute ist, es sagt, in jedem Platz. Im Hause des Herrn. Außerhalb des Hauses des Herrn. Er, der Herr Jesus Christus. Bringt uns immer dazu, Siegreich zu sein. Und jeder sagt mal Amen dazu. Amen, Amen. Das ist ein sehr guter Platz, hier zu sein heute Nachmittag. In the house of the Lord. In the presence of the King. In the presence of the King. Among his people. In half seines Volkes. Ist es nicht toll, hier zu sein? Kann ich hören, dass du Amen sagst? Lass uns doch einmal die Hände klatschen zu ihm. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I do want to honor Bishop Wei in his absence. Bishop Wei auch in seiner Abwesenheit ehren. Pastor Sascha. Pastor Sascha. And honor him and his leadership over this church. Ähre ihn und seine Leidenschaft über diese Gemeinde. Amen. And everybody, every minister and every elders of the church. Jeden Prediger, jeden Ältesten dieser Gemeinde. Each and every one of you. Und jeden Einzelnen von euch. Amen. That make all what we can see. Die all das hier darstellen, was wir sehen können. And all what is still yet to be seen. Und was noch sein wird in Zukunft. Amen. Each and every one of you. Jeder Einzelne von euch. I don't want to honor you. Ich möchte euch ehren. I don't want to give praise to the Lord. Und preis dem Herrn geben. I don't want to thank God. Ich möchte dem Herrn danken. For using each and every one of you. Dass er jeden Einzelnen von euch benutzt. And you respect that place. In deinem Platz, wo du bist. And you respect that position. Und deiner Position, in der du bist. To make it possible. Es möglich zu machen. I say all what we see. All das hier, was wir sehen. And all what is still yet to be seen. Und all das, was wir noch sehen werden. Come on. Can you praise the Lord? Amen. Once again. It's time. Amen. For yourself. Es ist Zeit für dich selbst. Amen. I see you clapping as if a man you were doubting. Yes, you are a part of the work. You don't need to be here. You don't need to be here. Believe me, it's very harder to be here. Und es ist etwas schwerer hier oben zu sein. You doubt me, amen. If you doubt, I give you the money right there. Wir können auch gerne tauschen. Amen. Amen. Aber glaub mir, genau dort, wo du bist. You are part of the work. Bist du ein Teil des Werks. Und du zählst in den Augen des Herrn. Amen. 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 So, let's go straight, amen, to the word of the Lord. So, lasst uns gleich in das Wort Gottes einsteigen. Since that's why I am standing here. Deswegen stehe ich ja hier oben. Amen. And I believe, as I preach this morning, as I preach, as I bring to you, what the Lord has laid in my heart, you will do good in receiving it. Amen. Very important. Because in the beginning was the word, the word was with God, and the word was God. Therefore, you receive the word of the Lord, you're receiving him himself, you close your heart to the word of the Lord, you are closing your heart to the very God, and if you close your heart to God, I will not be able to help you. Brother Stephen will not be able, no one else will be able to help you. Amen. Amen. And therefore, let us open, amen, our heart to the word of the Lord today. And I want to invite you to the book of Matthew, Matthew chapter 6, we are going to read four verses there, Matthew chapter 6, amen, and while flipping your Bible, I don't want a man to honor also my wife, amen, it doesn't happen, amen, all the time, but she is here, amen, she is here, amen, and thank God for her being here with me, amen, my two doctors, Louise and Ruth are also part of the fellowship, we gave praise. Praise to the Lord for everything. Und dafür gebe ich preis dem Herrn. Amen, amen, amen. So, Matthew chapter 6, begin verse 31, you got that shout, a big amen. Seid ihr da, dann sagt Amen. Amen, 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 just as honoring him, Jesus Christ, amen. Jesus Christus, damit er. Amen, amen. I read, as I say, from verse 31 to verse 33, I read first in English, and then you are going to read. Vers 31 bis 33, er liest zuerst in English. Okay. Therefore, take no talk, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father know that ye have need of all these things. but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, in English. Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Hebräer Kapitel 12, only one verse there, verse 28, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Hebräer 12, 28, darum, die, weil wir ein unbewegliches Reich empfangen haben, haben wir Gnade, durch welche wir sollten Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht. Before we continue to read, can somebody shout Amen to the word of the Lord? Amen, 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 Amen. John, chapter 6, Johannes, chapter 6, this time it's a little bit longer reading, but I hope it will not be boring, to your ears, if that's the case, don't allow it, is probably from the flesh, the word of the Lord can be boring to us. Das Wort Gottes sollte nicht langweilig sein für uns. Isn't it? Shout Amen. Ich hoffe, es ist nicht so. Wenn es nicht so ist, ruf Amen. Amen, Amen. So, John, chapter 6, beginnend, verse 1. Johannes 6, Vers 1. Vers 1 to verse 14. Vers 1 bis 14. I read, after this thing, Jesus went over the sea of Galilee, where it is the sea of Tiberias, and a great multitude followed him, because they saw his miracle, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples, and the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he said unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he will do. Philip answered him, Two hundred penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew Simon Peter's brother, said unto him, That is the Lord here, which had five barley loaves, and two small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, a number about five thousand. Verse 11. And Jesus took the loaves, and when he had given things, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down. And likewise of the fishes, as much as they wool, when they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled twelve barley with the fragments of the five barley loaves, which remaining over and above, unto them that hath eaten. And verse 14. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is all a truth, and that prophet that shall come into the world. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, Wo kaufen wir Brot, das diese essen? Das sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Für 200 Groschen Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher unter ihnen ein wenig nehme. Sprich zu ihm einer seiner Jünger Andreas, der Bruder des Simon Petrus, Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das unter so vielen? Jesus aber sprach, schaffe, dass sich das Volk lagert. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich bei 5000 Mann. Jesus aber nahm die Brote dankte und gab sie den Jüngern, die Jünger aber denen, die sich gelagert hatten, desgleich noch von den Fischen, wie viel sie wollten. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die übrig blieben denen, die gespeist wurden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Somebody say Amen. Amen. We need to read verse 35 also. Verse 35 says, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believe on me shall never hunger. never thirst. Amen. Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Somebody that believe what you heard so far shout Amen. Somebody that believe what you heard so far shout Amen. Somebody that believe what you heard so far shout Amen. Shout Amen that heaven may hear you. To him. Shout Amen that Jesus on the throne may hear you. Ruf Amen, damit Jesus dich hört. Amen, and with this little time, I don't want to minister on this topic. Und ich möchte über dieses Thema zu euch predigen. We need the kingdom back. Wir brauchen das Königreich zurück. We need the kingdom back. Wir brauchen das Königreich zurück. Dreh dich zu jemandem um, bevor du dich hinsetzt, und sag ihm, we need the kingdom back. Wir brauchen das Königreich zurück. Alleluia, thank you Jesus. Thank you Jesus. Evan, sit there, the man, wave your hands, and let us worship him just a little while. Leren wir den Herrn noch einmal anbieten. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Have your way. Fill this place. Oh, God. Announce your people, O King of Glory. Have your perfect way. Oh, God. Move. Fill every heart. Oh, God. Fill every mind. Oh, Jesus. Let, oh, God. No area. Oh, God. No space of this place. Oh, God. Not be given unto you. Release your anointing right now. Release your power. Release direction, O God. Release wisdom. Release, O God, glory. Release conviction in the name of the Lord Jesus Christ. Release your angels right now, O God, to overtake this place, O God. Oh, for somebody, O God, need to be ministered unto our King of Glory. Oh, Lord. Somebody need to be healed by your word, O God. Somebody need to be delivered by your word, O God. Oh, Lord. Some captive need to be set free by your word, O God. Oh, Lord, about somebody's mind need to be transformed by your word, O God. Oh, somebody need to be changed by your word, O God. And therefore, release your anointing. We'll send your word for, O God, to heal somebody right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. In the name of the name of the Lord Jesus Christ, O God, I decree, O King of Glory, that you may increase in this place, O God. Oh, Lord, I disappear, O God, that you may appear in this place, O God. And have your perfect way, O God, and do, O God, just what somebody believe you, O God, are able to do. And that the glory will be yours. In the name of Jesus Christ, amen. Amen, let's clap our hands, amen, once again, to the Lord Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus, thank you. Come on, clap our hands, amen, to him. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Come on, clap your hands and believe, 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 believe. Without faith, it is impossible to please him. Ohne Glauben, es ist unmöglich, ihm zu gefallen. Clap your hands as a witness that you believe. So klatsch, also ein Zeugnis dafür, dass du glaubst. Amen. Amen. Quickly, I'm going to read verse 2 again. Und ich werde Vers 2, Johannes 6, mal lesen. And a great multitude followed him because they saw his miracle wish he did on them that were diseased. Und es zog ihm viel Volks nach, darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und Vers 35, once more time. Und Jesus said unto them, I am the bread of life. He that come to me shall never hunger and he that believe on me shall never thirst. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Ich habe nochmal genau diese zwei Verse gelesen. Because they picture two, I will say, two goals. Denn sie zeigen hier zwei Ziele. Zwei Motivationen. Zwei Intentionen. In dieser Schrift. Auf der einen Seite, du hast das Volk, die Jesus nachfolgen. Und Vers 2 sagt uns, dass sie Jesus folgen, wegen den Wundern, die sie gesehen haben, die er tat. Das bedeutet, sie folgen also Jesus, mit einer Absicht, mit einem Ziel, und dieser Zweck, war ein Wunder, das Jesus getan hat. I mean, for them, Jesus was no one else, but a miracle worker. I mean, they will follow him, as long as he can do a miracle, as long as he can do something for them, as long as he can display his power, solange er seine Kraft zeigt. And that they see a sign. Und solange sie ein Zeichen kriegen. And therefore they will keep on following him. Und dann werden sie ihm weiter folgen. And it is very sad, our brothers and sisters. Und es ist sehr traurig, Brüder und Schwestern. It's very sad, Church. Es ist sehr traurig, Gemeinde. That even we, the disciples of Jesus. Dass auch wir, als Jünger Jesu. We have turned him. Wir haben ihm gesagt. Into just a miracle worker. Du bist einfach nur ein Wunderwirker. Und das ist der einzige Jesus, den du kennst. Und du folgst ihm. As long as he can do a miracle for you. Solange er ein Wunder für dich tun kann. As long as he can perform something for you. Solange er etwas für dich tun kann. As long as he can heal you. Solange er dich heilen kann. As long as he can deliver you. Solange er dich befreien kann. And not just Jesus, but the men of God. Nicht nur Jesus, aber auch die Männer Gottes. I've been turned today. Wurden schon gesagt. I will sit into performers of miracles. Sie werden da reingedrückt in diese Hülle des Wunderwirkens. Manufacturers of miracles. Produzenten von Wundern. That means as long as you can perform some for us. Das bedeutet, solange du etwas für uns zeigen kannst. We don't care. Is it from God. Is it from God. Or not from God. We do not care. Das ist uns egal. You are our prophet. Du bist unser Prophet. You are our man of God. Du bist unser Mann Gottes. As long as you can perform a miracle. Amen. That's why, amen, we have told a man the servant of God to be. And therefore, we don't care how they live. Especially in Africa, where I come from. Speziell in Afrika, wo ich herkomme. Precise in Kamerun. When you declare yourself to be a man of God. And they will begin, amen, to look at you. Amen, to spy you very closely. You may think that the men, they are looking at your way of life. Du würdest denken, sie schauen dein Lebensweg an. Or if you're the way you live much to the way Jesus lived. Oder ob du so lebst, wie Jesus gelebt hat. And no, that's not what the men are looking for. Aber darauf achten sie nicht. They're looking for a sign. Sondern schau nach einem Zeichen. Sondern schau nach einem Wunder. And therefore, men of God have been pushed. Und deswegen werden Männer Gottes da reingezwängt. Into manufacturing miracles. Even without God, he needs. And that's a man, the intention of the people. Und das ist hier die Absicht des Volkes. Aber auf der anderen Seite, haben wir Jesus. Amen, with another intention. Mit einer anderen Absicht. Und er hat zwar ein Wunder getan hier. Um Brot für die Menschen darzubringen. Aber warum? Weil da eine Not in diesem Moment da war. Amen. Man, when you read the same scripture. Wenn du dieselbe Schriftstelle. In einem anderen Evangelium liest. The Bible says that the people follow Jesus in the wilderness. And they were fainting. And the Bible says he could not send them away. Und die Bibel sagt uns, er konnte sie nicht wegschicken. Without feeding them. Ohne ihnen Essen gegeben zu haben. Unless they fain on the way. Dass sie nicht auf dem Wege vergehen. I mean, there was a need here. So, da war eine Not in diesem Moment. There was a need. Da war eine Not. And Jesus Christ fulfilled that need. Und Jesus Christ erfüllte diese Not. Performing that miracle. Hat das Wunder getan. Multiplying bread. Hat das Brot vermehrt. Und die Bibel sagt uns, dass alle. Every one of them. Alle gegessen haben. Jeder von ihnen. Und da war sogar noch übrig. Und right there, as we read, the people began to follow Jesus. Und als die Menschen also anfingen, Jesus zu folgen. Und sie fingen an, ihn überall zu suchen. Und Jesus kannte aber ihre Absicht. Since he knows every heart of man. And er kennt jedes Herz der Menschen. Amen. He knows every heart of man. Er kennt jedes Herz. He knows our intention before we even express it. Und er kennt unsere Absicht, bevor wir sie überhaupt ausdenken. And the Bible let us know that he went and hide on the mountain. Und die Bibel sagt uns, dass er sich auf den Bergen versteckte. And they began a man to seek him everywhere. Und sie fingen an, ihn überall zu suchen. And they found him, a man on the other side, a man on the sea. Und sie haben ihn auf der anderen Seite am Meer gefunden. And they said, Jesus, amen, when have you come here? They said, amen, I know you. You are looking for me. Because you ate bread. And you are satisfied. I'm just paraphrasing, right? You ate bread. You are satisfied. But that bread you just ate. It will satisfy you just for now. But you need another bread. You need another bread. That bread is living. That bread is living. And when you eat that bread. It will satisfy not just now. It will satisfy you tomorrow. After tomorrow. Every day. And until eternity. And therefore he told them. I am the bread of life. I am that bread you need. I am that bread you need. If you eat that bread. If you eat that bread. You will hunger no more. You will thirst no more. Your soul will be forever satisfied. Therefore I am the bread you need. That bread you need. Amen. Is it that bread you need this morning? Amen. Let me see you testifying with your clap offering unto him. Lass es uns zeigen. Indem wir klatschen. Yes, Lord. Yes, Lord. In other words. Yes, Jesus performed a miracle. Ja, Jesus hat ein Wunder getan. But beyond the miracle. Aber über das Wunder hinaus. There was an intention. War eine Absicht. Through the miracle. Durch das Wunder. He was directing the people to him. Wollte er die Menschen auf sich zeigen. The miracle. Das Wunder. Was a means for him. War eine Vehicle. Eine Möglichkeit für ihn. To introduce himself. Um sich selbst vorzustellen. To the people. Und zwar dem Volk. For who he really is. Für die er tatsächlich gekommen ist. Wer er wirklich ist. Amen. Wenn ihr mich anzweifelt. Wenn ihr mich anzweifelt. Wir haben keine Zeit, es jetzt zu lesen. Aber in deiner Freizeit. Schreib auf. Matthäus Kapitel 16. Schreib auf. Matthäus Kapitel 16. Read the whole chapter. Und liest das ganze Kapitel. You realize that Jesus is on the journey with his disciples. Wir sehen, dass Jesus auf seinem Weg mit den Jüngern ist. And at the time the Bible said they were arguing because they forgot bread. Und sie haben sich gestritten, weil sie Brot vergessen haben. And Jesus rebuked them so sharply. Und Jesus hat ihnen widerstanden und gesagt. And he told them. Can you remember how I multiply the five bread and two fishes for five thousand? Und erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und an den fünftausend? And how I multiply also bread and fish for four thousand? Und wie ich Brot und Fisch vermehrt habe für vier thousand? And he told them. Can you just, can you don't remember? Und ihr könnt euch nicht daran erinnern? In other words. If you have me with you. In anderen Worten. Wenn ihr mich mit euch habt. You can have bread at any given time. Denn ich bin, was du brauchst. Der Zweck des Wunders war nicht, deinen natürlichen Hunger zu stillen. Der Zweck des Wunders war nicht, deinen natürlichen Hunger zu stillen. Der Zweck des Wunders war, dass du siehst, wie gut ich bin. Und dass dein Herz gezogen wird zu mir. Und dass du mich empfängst, für wer ich wirklich bin. Amen. Aber unglücklicherweise, Brüder und Schwestern, diese Masse, die Jesus gefolgt hat, sogar die Jünger, mit den zwölf Aposteln, sie waren immer noch fest, sie steckten immer noch fest in diesem Wunder. Sie steckten immer noch fest auf diesem Brot, das sie aßen. Sie waren zufrieden. Und das war der einzige Jesus Christ, den sie kannten. Amen. Und wenn das Petrus passierte, wenn das Johannes passierte, wenn das James passierte, wenn das die Aposteln passierte, wenn das die Aposteln passierte, wenn das die Jünger Jesu passierte, das kann es uns passieren. Es kann es uns passieren. Und ich glaube, dass es gerade passiert mit jemandem. Dass der einzige Jesus, den du kennst, ist der Wunderwirker. Er ist der Wunderwirker. Und solange er ein Zeichen für dich tun kann, solange er nur ein Zeichen sehen kann, solange er nur für dich sorgen kann, solange er dir Brot geben kann, solange er dir Brot geben kann, solange er dich heilt, solange er dich befreit, dann kannst du ihm folgen. Aber all das ist gut. Aber Brüder und Schwestern, hör da nicht auf. Hör da nicht auf. Denn jedes einzelne Wunder, das Jesus tut in deinem Leben, und ich glaube, dass es so ist, sein Wille ist so zu tun. Wenn du Heilung brauchst, dann ist es ein Wille, dass du gereicht bist. Wenn du Befreiung brauchst, dann ist es ein Wille, das zu befreit wird. Wenn er dich von einem Dämonen befreien muss, dann ist es ein Wille, das zu tun. Wenn es Brot ist, das du brauchst, dann wird er es dir geben. Aber Brüder und Schwestern, wir müssen verstehen, dass hinter jedem Wunder, was auch immer er in deinem Leben tut, ist es eine Darstellung seiner Güte. Er möchte dir zeigen, wie gut er ist, und wie gnädig und barmherziger er ist. Und die Bibel lässt uns wissen, dass die Güte des Herrn uns zur Buße führt. Amen. Sie sollte dich zur Buße führen. Das bedeutet die letztendliche Absicht Gottes. Es ist, dass wenn du seine Güte in deinem Leben siehst, dass dein Herz sich mehr ihm zuneigt. Aber unglücklicherweise stecken wir fest im Wunder. Wir stecken fest bei den Zeichen. Wir leben wie Bettler. Kinder Gottes. Aber wir leben wie Bettler. All die Tage. Wir verbringen Zeit von morgens bis abends und bitten ihn für dies und jenes. Und die Bibel sagt uns, all die Zeit, die du verbrauchst, darauf zu bitten, weißt dein himmlischer Vater schon, dass du in Not bist. Aber trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und all diese Dinge. Somebody say with me all these things. Come on, you need to say all these things. You need to say with your own lips all these things. Come on, say it, amen, again. All these things. All these things. I just pray, as you said, may ring amen in your heart and that you will believe it just as the Bible says. Because we have that tendency to be twisted in our mind and not to believe the word of the Lord just as it is written. The Bible says, when you get the kingdom and his righteousness and his righteousness all these things is added unto you. For your heavenly Father knows that you are in need of it. Oh, come on, somebody that will believe clap your hands to him right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And that's why Jesus will display to you his goodness hoping that, amen, you will turn your heart, amen, to him. and when you turn your heart to Jesus Christ right there, you get the kingdom. Yeah, because, I mean, he's not just the king of the kingdom, but he is the kingdom itself. Jesus Christ is the kingdom. You get him, you get him the kingdom. you get him, you get him, therefore he is the one we need. He is the one you need. He is the one you need. He is your precious need. Er is your precious need. Therefore we need him back in our life and the first place a man that belongs to him. And the first place, a man that belongs to him. Amen. And everything else a man is added unto you. Somebody say amen. Let's clap our hands and man once more time to him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Therefore, amen, don't get stuck, amen, on anything good Jesus performing your life. fang ich an festzustecken in irgendwas Gutem, was der Herr in deinem Leben tut. He just introducing himself to you. Er stellt sich nur selbst dir vor. As the Savior you need. Als den Erlöser, den du brauchst. As the Redeemer you need. Als den Befreier, den du brauchst. As the Rock you need for your life. Als den Fels, den du brauchst in deinem Leben. Als the Provider that you need. Als der Fürsorger, den du brauchst. And once you get him, brothers and sisters, you get everything as you need. He will provide you joy. He will provide you peace. He will provide you healing. He will provide you deliverance. He will set you free. He will always be there. And to provide for you at any given time. Therefore, let's catch him. Let's get the kingdom back. 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 And Jesus Christ is the King of the Kingdom. And therefore, I come, a man, today to announce to somebody that we all need the kingdom of God. back to our life. Back to our home. Back to our marriages. Back to our jobs. Back to our jobs. Back a man to our study. Zurück in unsere Geschichte. We need the kingdom of God back. 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 We need the king of the kingdom. In other words, we need to get Jesus Christ, the king of the kingdom. In other words, we need to get Jesus Christ, the king of the kingdom. Back to the first place. Zurück on the first place. That belong to him. That belong to him. In our life. In our life. saying that we do. That's what the word means. That's what the word means. By seeking the kingdom of God first. Zuerst nach dem Königreich Gottes zu trachten. And his righteousness. That has to be in everything you do, brothers and sisters. because if you belong to him, come on, anybody belonging to let me see your hands. You truly belong to him. You believe you are redeemed by him. Glaubst du, dass du erlöst bist durch ihn? Bought back by his blood. You truly believe in how you belong to him. Glaubst du wirklich, dass du ihm gehörst? I mean, you belong to him with everything you are. With everything you have. Everything you have. With everything you have. Your job. Dein Arbeitsplatz. Your story. Deine Geschichte. Your children. Deine Kinder. Deine Ehe. Deine Ehe. Dein Haus. Everything you are. Alles, was du bist. Everything you have. Alles, was du hast. It will belong to him. It will belong to him. Wenn du ihm wirklich gehörst. And therefore, you need to give him that first place. Dann musst du ihm diese erste Platz geben. In everything, in everything you have. In allem, was du hast. In every department of your life. In jedem Teil deines Lebens. Make sure. Jesus is first. 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 let's get the kingdom back. We need the kingdom back. we need the kingdom back. Amen. Amen. Clap your hands amen to him if you don't agree with me. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, let's agree with our clap offering unto him. Jesus, the King. Thank you, Jesus. 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 And if you ask me, why do we need a kingdom back? Because, man, we live in a time where everything else is being shaken and moved out of place. The economy, amen, is being shaken and moved without balance. Amen. The politics is being shaken and moved. Everything is being shaken and moved. Every other kingdom, amen, it's been shaken and moved. It's been shaken and moved. And we can see it in the story. Babylonian kingdom, mighty kingdom, a mighty kingdom, it has been shaken and moved out of place. And also, it has been shaken and moved out of place. The persian kingdom, the persian kingdom, the persian kingdom, the romans kingdom, the römische kingdom, all those mighty kingdom, all these mächtigen reichen, after one and another, they all have been shaken and moved out of place. But there is one kingdom, there is one kingdom, there is one kingdom that cannot be shaken, it cannot be moved. That's the kingdom of God. 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 And Jesus Christ is the king of all that kingdom. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, somebody rejoice. You rejoice that a man, you are part of that kingdom. Come on, praise him that you are part of that kingdom. Come on, give him glory that you belong to that kingdom. Hallelujah. Come on, somebody give him a man, give him a bit of praise, a man of this praise. Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, somebody. What a source of man of gladness. What a source of happiness. Just a man to know. Just to know that I belong to a kingdom that cannot be moved. That cannot be shaken. That cannot be shaken. I, 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 I better stay there. I, I, I better stay there. I, I better stay there. Und ich kann darauf stehen. Oh, Lord. And, 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 and you tell me, you're sad. Und du sagst mir, du bist traurig. Because I haven't healed you yet. Weil Gott dich noch nicht geheilt hat. Weil Gott dich noch nicht geheilt hat. Weil er dich noch nicht befreit hat. Weil er dich noch nicht befreit hat. Weil er noch nicht gesorgt hat für dich. The way you expect him to provide. So wie du denkst, dass er sich sorgen sollte. Come on, somebody. Come on, jemand. It is his good will to give you the kingdom. Es ist sein guter Wille, dir das Königreich zu geben. Amen. And therefore you need a man to be, to, 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 to be happy. Und deswegen solltest du froh sein. That you belong to the kingdom. Dass du diesem Königreich angehörst. That the kingdom, a man, is yours. Und dieses Königreich ist deins. And the Bible says everything else, a man is added, a man unto you. Und die Bibel sagt uns, dass alles andere dir zufallen wird. Amen. Clap your hands, a man, to Himmel, you do agree. Woo, hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Something I need to tell you. I believe more than one person will find himself in what I'm about to say right now. Some of you, I saw your faces. You came in here with sad faces. as if a man someone have offended you. And if somebody a man see at your face he will wonder like, who have offended him. Who have offended him? Maybe a man, his husband. His husband. Or his wife, a man offended him before he got here. Or somebody may have been confused. Maybe I've done something wrong. Hey, have I was was falsch gemacht? But let me tell you, some of you offenses, some of you are offended right now. not because anybody offended you. Not even because the pastor offended you. Some of you are offended in God. Yes. Some of you are offended in God. Your heart is offended because God haven't appeared to you yet the way you expected him to do. God hasn't provided for you yet the way you expected him to do. God hasn't delivered you yet the way you expected him to do. And therefore your heart is so offended. Somebody wave your hands a man to the Lord. In case a man this may be pointing to you, the Lord sent me to tell you that he is releasing his word today. and right now to set you free to set you free from that offense. Because if you are offended in God, him alone can deal with that. There is nothing anyone can do to set you free, to comfort you, or to bring you a man any help you need. Only God can set you free and from that offense I am not saying that right now he will do what you expect from him. If he does, praise to his name. if he chose to do it now, praise to his name. But he wants you to know that whether he do it now or later at his own chosen time, he wants you to know you need to be satisfied of to belong to his kingdom. Because once you belong to his kingdom, all is yours. Whether now or tomorrow it is all yours. therefore you don't need to be offended. You don't need to walk around with sad and offended faces. You are doing harm not amen to nobody but to yourself. He redeemed you for the praise of his glory. That's why he the Bible says and rejoice and say it again rejoice and it is the will of your father for you to rejoice and that's why some amen says amen this is the day the Lord has made and we rejoice and be glad and fröhlich do you think that David that wrote the man of psalms you think that he has no problem you think that he has no challenges in his life you think that he has no enemies you think that he has no battles and if anybody a man was suffering a man of all those problems he is the one but upon all that he could still write that song this is the day the Lord has made I will rejoice I will rejoice come somebody a man rejoice with me rejoice with me over this day the Lord has made I will rejoice and be glad come on let us rejoice let us rejoice and be glad because it is your right to do so and believe me the devil will not allow you to rejoice your problem will not allow you to rejoice and the flesh will not allow you to do so you need to understand it is your given right as a child of the kingdom to rejoice and be glad every day that the Lord you God is giving unto you come on somebody stand on your feet hallelujah thank you Jesus and let's rejoice let's clap our hands yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord come on somebody rejoice in him rejoice in him let his presence set you free from any offense any bitterness in your heart any discouragement let the presence of the Lord set you free right now else let the presence of the Lord just I believe that the church will Jesus Christ in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ in him Be free right now. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. In the name of Jesus Christ. That your heart will rejoice. Over the Lord your God. Because that is his will. And that is your right. Somebody clap your hands. Clap your hands. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Danke Jesus. And don't feel condemned. Und fühl dich nicht verurteilt. If that is happening to you. Wenn das dir gerade passiert. The Lord wants to set you free. He wants to set you free. Er möchte dich freisetzen. And if that is happening to you right now. Das ist doch jemandem in der Bibel passiert. The Lord Jesus Christ himself. He called him the greatest prophet. Hat ihn den größten Propheten genannt. Born out of any woman. Der jemals aus einer Frau hervorkam. You see him. John the Baptist. Wir sehen ihn. Johannes den Täufer. John the Baptist. Johannes der Täufer. He was offended in God. Er hat sich angegriffen gefühlt von Gott. Nachdem er Jesus gesehen hatte. Er gehört hatte, was er tat. Nachdem er jedem Zeugnis gegeben hatte. Amen. Let's clap our hands for brother Stephan. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Man, we don't go so far. So weit so gut. Amen. Amen. Clap your hands, amen, to the Lord. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I'm trying to slow down. Ich versuche langsam zu machen. Amen. And you forgive me if sometimes I can't catch it up. Amen. The last time I preached, amen, with translator, is the last time, amen, I was here. So, das letzte Mal, dass ich mit einem Übersetzer gepredigt habe, war das letzte Mal, als ich hier war. So vergib mir, falls ich manchmal davonrenne, um zu schreien. So ist es durch die Gnade des Herrn. So ist es durch die Gnade des Herrn. Therefore, just bear with me. So, sei gnädig mit mir. And bear with me, bro. Sei gnädig mit uns. In Jesus' name, amen. We will make it. Amen. Wir schaffen das. Let's clap our hands to the Lord. Let's clap our hands to the Lord. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. So auch Johannes der Täufer hat sich angegriffen, gefühlt von Gott. He is the one that testifies to the people in Israel. This is the Lamb of God. Dies is the Lamb of God. That take her away. Dass die Sünde, the sins of the world, a half to decrease. Und er muss zunehmen. In anderen Worten, du musst ihm folgen. Er ist der Messias. Er ist der Christ. Und als er dann im Gefängnis gefangen war, erinnert ihr euch an die Geschichte? Hat er seine Jünger geschickt? Hey, go and ask that Jesus. Äh, frag mal diesen Jesus. Is he the one that shall come? Is er der, der kommen soll? Or do we wait for another? Or do we wait for another? You see how a man, that offense in the heart a man can do. Siehst du, wie tief das in dein Herz einbringen kann? It's very dangerous. Es ist sehr gefährlich. When you get offended in God. Wenn du dich beleidigt fühlst von Gott. Und Johannes, der Täufer, hat sich so beleidigt gefühlt. Weil er den Herrn kannte. Und er wusste, dass nach dem Herrn, der Messias würde ein Wunder zeigen. Und er hat erwartet, dass der Messias ein Wunder für ihn tut. Er erwartete, dass er seine Kraft zeigen würde. Also das zu Gefängnis rauszuholen. Und wenn das wirklich der Messias ist, dann wusste er, dass er es ihm möglich sein sollte, das zu tun. Unglücklicherweise war es nicht Gottes Wille, es zu tun. Es war Zeit für ihn abzunehmen und für Jesus zu erhöhen. Er hat nicht erkannt, dass das die Antwort war auf das Gebet, das er gebetet hatte. Und dass Jesus sein Gebet beantwortete. Aber seine eigene Art gewählt hat, das zu tun. Und weil Jesus nicht so geantwortet hat, wie Johannes erwartete, wurde er beleidigt. Und er zweifelte an dem Zeugnis, dass er den ganzen Volk gegeben hatte. Sehr gefährlich. Das ist ein gefährlicher Ort. Deswegen sagte Jesus, selig ist der, der sich nicht an mir ärgert. Denn wenn du dich ärgerst an ihm, dann schließt du Plätze in deinem Herz. Und das wird dich nur dazu bringen, sein Wort nicht aufnehmen zu können. Deswegen ist es eine sehr ernste Sache. Deswegen ist es sehr gefährlich, Brüder und Schwestern, Jesus zu folgen und stecken zu bleiben bei den Wundern, an den Zeichen, die er für dich getan hat. Und wenn das der einzige Jesus ist, den du kennst, denn sobald er nicht mehr in deinem Leben auftaucht, so wie du es erwartest, dass er es tut, wirst du dich ärgern. Ich ärgere dich vielleicht gerade. Vielleicht ein Bruder oder eine Schwester. Vielleicht sogar der Pastor. Und es ist leichter, da herauszukommen. Die Bibel sagt uns, du musst einfach nur kommen und mir sagen, was ich getan habe. Und ich habe die Möglichkeit, mich zu entschuldigen. Und wenn ich mich entschuldige und du meine Entschuldigung annimmst, dann ist der Fall geschlossen. Aber wenn du dich ärgerst an Gott, das ist ein sehr, sehr ernster Fall. Das ist ein sehr ernster Fall. Amen. Deswegen ärgere dich nicht. Ärgere dich nicht. Es ist sein Wille, dir das Königreich zu geben. Sei froh, dass das Königreich dein ist. Sei froh, dass du dem Königreich Gottes angehörst. Und alles andere wird dir zufallen. Und falls du in diesem Platz heute bist, du bist noch nicht eingetreten in das Reich Gottes. Es sind nur drei Schlüssel, die du brauchst. Der erste Schlüssel ist Buße. Du musst Buße tun von deinen Sünden. Der zweite Schlüssel ist, im Namen Jesus Christus getauft zu werden. Dass deine Sünden abgewaschen werden. Und der dritte Schlüssel ist, erfüllt zu werden mit dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist der Geist Christi. Und Christ ist der König des Königreichs. Christ ist der one seated upon the throne. Und wenn er dein Leben erfüllt mit seinem Geist, dann bringt er sein Königreich zu dir. Und du bist Teil seines Königreichs. Und wenn du in sein Königreich eintrittst, musst du dort bleiben. Du musst dort stehen bleiben. Deswegen heute Mittag. Bist du im Königreich Gottes? Stay there. Are you not in the kingdom of God? You are welcome in there. I believe the Lord is providing you the keys right now to come into the kingdom. And once you get into the kingdom, just stay there. Stay there. Stay there. Stay there. Stay there. In Jesus Christ's name. Because that's the only kingdom that will not be moved. Everything else will move but the kingdom of God because it is built on a solid rock. And that rock is Jesus Christ. Hallelujah. Somebody help me praise him once again. Thank you, Jesus. 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 Come on. Are you part of the kingdom? Praise him. Are you not yet part of the kingdom? Praise him anyway because the man is inviting you. Preise ihn trotzdem. Come on. Let's worship him. The king of the kingdom, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. He is the one, amen, we need. He is the one you need. He is the one I need. Jesus Christ. Let's get his kingdom back. Let's get his presence back. Let's get him back, amen, to the first place, amen, that belonged to him in our lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Let's do it, amen, right now as we praise him. Let's do it right now, amen, as we worship him. Let's do it right now as we exalt him. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, somebody lift up your hands, amen, to him. Begin to worship him right now. Begin to exalt him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And if, amen, you have come, amen, to the understanding that Jesus Christ is what you need and that you want him back to the first place in your life. Come to this altar. Come worshiping him. Come, während du ihn anbetest. Come lifting up your hands, amen, to him. Come and erhebe deine Hände to him. Come exalting him. Come, ihn erhebend. Come and sing, Lord Jesus. Come and sing, Lord Jesus. Lord, here I am, Lord. Here I am. Here I am. Just take me, Jesus. Nimm mich, Jesus. You are what I need, O God. Du bist, was ich brauche, Herr. Silver and gold is not what I need. Is not what I need. You are what I need, Jesus. Du bist, was ich brauche, Jesus. Come on, somebody. Come worshiping him. Come to his throne of grace. Come to his throne of grace. There is enough grace, amen, for everyone. There is enough grace, there is enough grace, not just to heal you, not just to deliver you, not just to set you free, not just to do whatever you expect him to do, but to bring Jesus Christ, the King of the kingdom, back to his place in your life. Therefore, somebody worship him. So, worship him, somebody. Ich bin ein ganzes Wachstum, ich bin ein ganzes Wachstum, ich bin ein ganzes Wachstum.